Verblendet war des Königs Sinn durch Bruchmut und durch eitel Gauke Stieg. Er hörte nicht die Gottgesandten an und hielt zurück das Volk. Er streckte aus der Hand durch Moses ungekübte Land und es geschah große Zeichen, der Sturm ist wild, es stürmt an ihm der Fisch, es himmelt im Palast, dass jeder Frösche Mücken schwecken. Die Zeichen flütet in den Hirnen, Geschlagen ist das Volk mit Bestgeschirr. Geschlagen ist das Volk mit Bestgeschirr. Der Hagel raschelt auf die Sacken, die Wassertreten aus mit Überschränkungen. Die Blitze zucken, Tonneranen erführlich und Finsternis hat's wieder mit der Nacht gefangt, senkt ihr das Lügen auf das Land. Allein verhärtet war zu Stein das Herz des Fadam. Ihn schreckte nur auf kurze Zeit des Volkes Planen, um der Verbot den Kindern Israel zu ziehen. Da sendete der Herr in seinem Leben den führte Engel aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017